Ist doch ne tolle Sache. Ich habe als Verbraucher die Wahl und kann selbst entscheiden, ob ich fair gehandelte Produkte will, vielleicht doch CO2-frei produziert, bio, umweltfreundlich, verpackungsfrei, ohne Schadstoffe und übermäßig viel Zucker usw. Was soll man da irgendwelche Gesetze und Vorschriften und Verbote bemühen, wenn man so schöne Geschäftsmodelle mit dem guten Gewissen daraus entwickeln kann? Aber richtig schade, dass bestimmte Dinge bei uns dann doch wirklich verboten sind. Zum Beispiel Kinderarbeit. Wie wäre es, wenn man es da auch dem Verbraucher überlassen würde? Soll er doch selbst entscheiden, ob er für Waren mit dem Etikett ohne Kinderarbeit einsaftigen Aufschlag zahlen will, anstatt dass er gezwungen ist, Waren zu kaufen, die zumindest in den reichen Ländern produziert, frei von Kinderarbeit sind? Erstens könnte man damit richtig Geld machen. Zweitens könnte man sich so richtig als der bessere Mensch fühlen, vor allem so viel besser demjenigen gegenüber, der nicht kinderarbeitsfrei einkauft. Dabei wäre es natürlich so. Es wären dieselben Familien, die einerseits gezwungen wären, ihre Kinder in Kinderarbeit zu schicken und sich andererseits keine kinderarbeitsfreien Produkte leisten könnten. Aber so ist das eben, wenn man das dem freien Markt überlässt. Ach, im 19. Jahrhundert war das wirklich so in der westlichen Welt? Und man hat das einfach verboten, anstatt die Wahl dem Verbraucher zu überlassen? Dabei muß man den Markt doch einfach dafür lieben, daß er aus dem, der es sich leisten kann, den besseren Menschen macht.